Servus Leute, willkommen zu dem ersten Video von ARK, wo wir euch gerne ein paar Tipps vorstellen wollen für Anfänger, aber auch vielleicht für den einen oder anderen erfahrenen Spieler, der das Wald ganz noch nicht kennen sollte. Das Ganze werde heute nur ich, Shady und auch der Mantis machen. Wir werden euch, wie gesagt, drei kleine Tipps vorstellen. Sorry hier nochmal für die Baste, dass er ein bisschen unordentlich ist. Wir sind hier gerade so ein bisschen in der Dino-Zucht und alles sortieren wäre ein bisschen aufwendig gewesen. Vorweg, wenn ihr weitere Videos zu ARK sehen wollt oder falls ihr sogar Vorschläge habt oder falls ihr sogar auch Bitten für irgendwelche Videos habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir werden darauf eingehen und werden auch das versuchen umzusetzen. Daher würde ich sagen, der Mantis fängt mal an mit dem ersten Guide und ich komme dann mit dem zweiten. Servus, Mantis hier. Der erste Trick, den wir euch zeigen möchten, ist einer, den wir selber noch nicht gefunden haben. Ihr kennt alle den Trick mit dem schönen Dödi-Farm, mit den Laternen. Ja, was wir herausgefunden haben oder vielleicht schon viele von euch, ist ganz einfach. Ihr schnappt euch einen Agentaris, wie wir es alle kennen. Ich bin jetzt gerade mit einem doofen Fliegen. Na, jetzt kriege ich ihn noch. Schnappt euch den Dödi mit dem Agentaris und dann sucht ihr euch Laternen. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches, kennt jeder von euch. Ein wenig anders, der ist allerdings unser kleiner Trick, den wir herausgefunden haben. Ihr fliegt auf die Laterne zu, macht nicht allzu schnell und dann zack, haut der Dödi die Laterne um. Und dann machen wir es nochmal mit einer zweiten. Einfach zum Beweis. Jetzt hat er die Laterne auch umgeklatscht. So, jetzt schauen wir mal. Dann landen wir wieder. Schauen wir mal, was er alles aufgesammelt hat. Jetzt müssen wir 300 Sternenstaub, äh, ne, Sternenstaub, ja, ich bin ja immer noch ein Pokémon. 300 müssen wir abziehen von dem Elementstaub, ja. Das hatte ich eben schon im Inventar. Kristall, je nachdem, ob ihr es braucht. Metall, ja, ja, auch genauso. Kristall braucht man eigentlich nicht wegwerfen, ja. Ihr könnt je nach Dödi, könnt ihr bis zu sieben Laternen abbauen, ja. Je nachdem, mehr Gewicht, klar, mehr Laternen. Dann müsst ihr aber selber schauen, wie ihr das am besten handelt und auch macht. Irgendwann hört er nämlich auf, abzubauen. Und da werdet ihr merken, er ist voll und er will nicht mehr. Das Ganze geht natürlich auch noch mit dem Biber und auch mit dem Ankylo. Geht das auch. Also ihr könnt auch Holz, Metall und auch andere Gegenstände, mehr weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Also fast jeden Dino, der was abbauen kann, der mit dem Agentavis gegrabt werden kann. Mit dem Quetz haben wir es jetzt noch nicht ausprobiert. Könnt ihr aber mal ausprobieren und uns in die Kommentare schreiben, ob das auch klappt. Alles klar. Kommen wir auch schon zum zweiten Guide. Vielleicht kennt ihr den kleinen Dino, der hier vor uns in einer kleinen Masse steht. Der Lystrosaurus. Der Dino hat die tolle Fähigkeit, wenn man ihn streichelt, gibt er anderen Dinos in unmittelbarer Nähe einen Buff, dass die mehr EP erhalten. Das Ganze geht nur auf Dinos und nicht auf Spieler vorweg. Wie gesagt, manche kennen das, dass man die in der Base neben Dinos stellt, dass sie EP erhalten. Und wir haben noch einen kleinen Guide, wie ihr damit auch noch Dinos, die ihr zum Beispiel die Zucht leveln wollt, oder auch euren Rex oder auch euren Manager, wie ihr es halt auch möchtet, auch mit anderen Dinos benutzen könnt. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, die wir euch gerne mal vorstellen wollen. Die erste ist, ihr baut auf einen Quetz, also auf dem Blattformsattel, eine Box. Die muss ja nicht so aussehen, die kann auch ein bisschen kleiner sein. Und da tut ihr eure Lystros rein. Ihr müsst nicht so viele nehmen, vielleicht so ein paar, dass sie in den feinsten Ecken stehen, weil der Buff vom Lystro geht nämlich nur drei bis vier Flächen weit. Und das ist ja nicht so weit, deswegen könnt ihr ein paar in dem Käfig verteilen. Streifelt den Dino und fliegt mit dem Quetz oder landet am besten neben dem Rex oder auch neben dem Manager oder halt auch leicht drüber fliegen, das könnt ihr ein bisschen handhaben. Und dann bekommt der Dino währenddessen mehr EP. Und die zweite Möglichkeit, die haben wir jetzt noch nicht fertig gebaut, aber das ist ja vom Prinzip das ähnliche. Ihr könnt das Ganze auch auf einem Peracer bauen oder ihr baut das Ganze auch auf einem Pronto. Das ist eigentlich euch überlassen, auf welchem Dino ihr das macht. Und dann könnt ihr den auf Folgen setzen. Ihr lauft Beutel mit dem Rex los, macht den Peracer mit den Lystros auf Folgen, lauft euch nach. Wenn ihr, sagen wir mal, im Gebiet seid, wo ihr kämpfen wollt, geht ihr kurz hoch auf den Peracer, tut die ganzen Lystros tätscheln und tut dann einfach mit dem T-Rex Gegner töten. Und nach fünf Minuten, wenn der Buff ausgelaufen ist, wiederholt ihr das Ganze und so könnt ihr mehr EP generieren für Dinos. Und ihr spart da ein bisschen Zeit. So, da kommen wir schon zum dritten und letzten Guide, ein etwas kleinerer Guide. Er dreht sich hier um die Gatchas. Die kennt ihr ja, die süßen kleinen Dinos, die immer so ein bisschen verpeilt gucken, wo ihr Materialien reinlegen könnt, die ihr dann essen und einen Stein fallen lassen, wo ihr Loot rausbekommt. Ihr könnt die ganzen auch einstellen, aber das kennt ihr ja, wenn ihr auf Produktion geht und die Materialien, die ihr herstellen könnt, das produziert ihr dann aus den Steinen. Aber um eine erhöhte Chance auf bessere Loots zu bekommen, also nicht nur auf das Material, sondern wirklich auf Items, also Ausrüstung, Waffen, auch überragende Sachen, also wirklich richtig gute Sachen, kommt, der kam bei uns schon raus, könnt ihr vor den Dino, sorry, der Leck, ihr könnt vor den Dinos Eulen stellen. Die Eulen tun so ein Gewürge droppen, also die tun keinen Kotauf hinterlassen, sondern die spucken ihr Gewürge nach vorne. Der Gacha tut das automatisch aufsammeln, tut das in seinem Inventar tragen. Ihr seht, wenn ihr ein paar Eulen da vorstellt, da ist das ziemlich, ziemlich viel. Also es ist vielleicht sogar schon zu viel, man muss manchmal etwas wegwerfen. Also eine Eule reicht vollkommen aus. Und wenn ihr dann Materialien dazu legt, habt ihr, wie gesagt, eine erhöhte Chance, dass wirklich gute Sachen rauskommen. Ich kann ja mal ganz kurz die Steine aufmachen, die ich jetzt vom letzten Mal, ich hatte ein paar Leder reingelegt und es gab ein paar Steine, wie ihr seht. Und mal gucken, da kamen hier Sword-Stulpen, schwere Bergbauhelmen, wo noch was rauskommt. Okay, der Rest war nur Metall. Aber es ist auf jeden Fall, da kam auch direkt schon eine Sword-Ausrüstung raus, auch wenn es zwar nur meisterhaft war, aber es ist immer eine Sword-Ausrüstung schon mal. Und man kann nebenbei noch erwähnen, wenn ihr euch die Peitsche craftet, mit der Peitsche könnt ihr auch die Steine, die hier liegen, schneller zu euch holen, weil manchmal tut der Gacha sich ja draufsetzen, man muss da so rumkriechen, dass man in die Steine kommt. Also mit der Peitsche geht das Ganze ein bisschen schneller. Dann würde ich sagen, dann waren es auch schon die drei Guides. Ich hoffe, ihr fandet sie ganz gut oder vielleicht haben sie euch geholfen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wirklich schon gewusst habt oder vielleicht das eine oder andere noch für euch neu war. Würden sie auf jeden Fall mega interessieren. Und auch wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr Vorschläge für weitere Videos zu ARK habt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir werden darauf antworten und versuchen es vielleicht sogar umzusetzen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Noobwischen Team. Tschö.